Herzlich willkommen im Apartmenthof Eichmühle, Ihrem Zuhause in Bad Füssing. In natürlich ländlicher Atmosphäre bietet Ihnen unser familiäres Apartmenthaus, gemütliche und komfortable Ein- und Zweizimmer-Apartments, sowie Medical Wellness und Kurangebote medizinischer Kompetenz unter einem Dach. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet.